Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Telekom-Router. Der Qualitätssieger in unserem Telekom-Router-Test geht an den Telekom Speedport ProPlus. Vielfach schnelleres Gigabit-WLAN mit bis zu 9700 Megabit pro Sekunde, auch bei vielen gleichzeitigen Geräteverbindungen. Für mehr Stabilität und Datendurchsatz. Datenturbo per SIM-Karte durch zusätzliche Nutzung des Mobilfunknetzes. Für mehr Speed und Ausfallsicherheit am Festnetz-Anschluss. Lückenloses WLAN für beste Heimvernetzung. Erweiterbar mit bis zu 5 Meshpunkten. Maximal möglicher WiFi-Standard je Endgerät. 50 Plus Sender in HD-Qualität. Megatech mit Zugriff auf Top-Serien, Filme, Dokus und Mediatheken von ARD und ZDF. Zugang zu Streaming-Diensten, wie Netflix und Co. Im Tarif Magenta TV Smart zusätzlich enthalten das Streaming-Angebot TV Now Premium. Für ihren bequemen, sicheren und effizienten Alltag mit smarten Geräten. Der Speedport ProPlus unterstützt Magenta Smart Home über WLAN, DECT, ULE und Zigbee. Per Funkstick optional erweiterbar um Home-Matic IP. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Telekom Speedport Smart 3. Mit bis zu 2500 Megabits und verbesserter Reichweite. Unterstützte Standards ADSL, ADSL 2 Plus, VDSL inklusive Supervectoring und Glasfaser. Neueste Mesh-Technologie sorgt für lückenloses WLAN in allen Räumen. Erweiterbar mit bis zu 5 Meshpunkten. Alle Anschlüsse vorhanden 4x Gigabit LAN-Port, einmal Glasfaseranschluss, einmal DSL, einmal USB 2.0-Schnittstelle. Außerdem WPS und Telefonsuchentaste. Einzigartig Programmvielfalt mit Magenta TV 50 Plus Sender in HD-Qualität, über die MEGA-THEK Zugriff auf Top-Serien, Filme, Dokus und die Mediatheken von ARD und ZDF, bequemer Zugang zu zahlreichen Streaming-Diensten, wie Netflix und Co. Im Tarif Magenta TV Smart zusätzlich enthalten das große Streaming-Angebot TV Now Premium. Gestalten Sie Ihren Alltag jetzt ganz einfach bequemer, sicherer und effizienter mit smarten Geräten. Die Magenta Smart Home Basis ist schon in Ihren Smart 3 Router integriert. Mit der DECT-Basisstation verfügt der Speedport Smart 3 überintegriertes WIP. Auch nutzbar per ISDN oder per internem ISDN. Zusätzlich gibt es zwei integrierte TAE-Buchsen für analoges Telefonieren. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Telekom-Router-Test ist der Telekom Speedbox 2. Der High-Speed-Hotspot zum Mitnehmen. Ob zu Hause oder unterwegs, egal wo und wann Sie Internet benötigen, der mobile LTE-Router Telekom Speedbox 2 ermöglicht es Ihnen. Dank des integrierten 4100 mAh Akkus mit bis zu 3,5 Stunden Laufzeit und der LTE-Konnektivität sind Sie immer und überall online und unabhängig. Highlights Mobiler LTE-Router Speedbox 2. Schnelle Datenübertragung mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Mit bis zu 64 Geräte gleichzeitig surfen. Leistungsstarker 4100 mAh Akku für bis zu 3,5 Stunden Laufzeit. Frisches, modernes Design. Datenverbindung zum PC oder Laptop über LAN oder Dualband-WLAN. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.